Sonja Rote, 32, Gerichtsvollzieherin in Aachen. Sonja Rote vollstreckt den Auftrag eines Energieversorgers. Monika Hübden hat über 600 Euro Stromschulden. Die Hartz-IV-Empfängerin lebt noch bei ihrem Ex-Freund zur Untermiete und ist auf Wohnungssuche. Außer einem Koffer voller Kleidung besitze sie nichts, sagt sie. Fernseher war vorher schon drin. Ja, auch nichts von Ihnen. Nein, nicht leer. Ganz offensichtlich ist in Ordnung. So, und das ist der vielbeschriebene Koffer. Das heißt, in den Schränken ist auch nichts drin. Nein, also nichts. Also das ist grundsätzlich natürlich schon immer mal so eine erste in Augenscheinnahme des Raumes, wo man sagen kann, hier suche ich genauer oder hier lohnt es dann wirklich nicht. Also hier in diesem Fall eben, würde ich immer noch mal nachschauen, denn ich habe schon in den verdrecktesten Wohnungen dann doch mal ums Eck geschaut und dann steht da auf einmal ein niegelnagelneuer 1000 Euro Flachbildschirm. Deswegen immer zumindest eine stichprobenartige Durchsuchung, dass man nachschaut, ob nicht, weil man sich ja angekündigt hat, eventuell doch Wertgegenstände in die Schränke verbannt wurden. Es ist ja nicht so, dass ich das irgendwann nicht mehr begleichen will. Wenn ich einen Job hätte, würde ich es auch machen. Nicht alles auf einmal, aber so ist es nochmal hier in Aachen. Im Moment, ich habe keine Arbeit hier. Ich hoffe, dass ich eine kriege. Monika Hübner ist von Beruf Tierärztin. Sie hat auch Erfahrung als Einzelhandels- und Hotelkauffrau. Von Ihnen ist nichts Fendbares vorhanden. Die eidesstattliche Versicherung haben Sie ja auch schon abgegeben. Im November 2005. Das wird demnach jetzt im November auch auslaufen. Die eidesstattliche Versicherung hält ja quasi immer nur drei Jahre. 2005? Da verschätzt man sich häufig. Im November wird das neu fällig werden. Damit erklärt sich die Schuldnerin für zahlungsunfähig. Jährlich vollstreckt Sonja Rote rund 400 dieser eidesstattlichen Versicherungen. Amtsgericht leer. Ich teile dem Gläubiger die Daten jetzt mit. Verfahren ist für mich quasi an dieser Stelle abgeschlossen. Ich werde jetzt nachher im Büro dem Gläubiger darüber Mitteilungen machen. Und dann ist für heute Schluss. Gut. Also, alles Gute. Also, auffällig war ja in diesem Fall jetzt, dass trotz immenser Schulden einige Sachen trotzdem noch gingen. Also, teure Nägel waren drin, Blumen waren im Zimmer und die Kleidung stimmte ja nun auch. Das ist manchmal was, was einen doch sehr stutzig macht. Also, für gewisse Sachen ist immer Geld da. Aber um die Schulden abzuzahlen, dafür reicht es ja meistens nicht. Bis zum nächsten Mal.